herzlich willkommen beim adventskalender von fließendes licht heute 13 dezember eine betrachtung zur weihnachtsgeschichte und zur krippe finden maria und joseph sind auf ihrem weg und finden die herberge in der ihr kind geboren werden soll an vielen anderen orten wurden sie abgewiesen auch die hirten finden etwas den stall mit dem kind und ebenfalls die drei weisen sie finden auch in meinem leben sind manchmal dinge da die sich von mir finden lassen die geschichte von der krippe ist darum eine geschichte des findens manchmal habe ich mit viel mühen gesucht und manchmal aber auch gar nicht sondern ich habe einfach gefunden was habe ich in meinem leben gefunden was hat sich von mir finden lassen